Vier Tage später fliege ich von der Sportschule. Alaba war schon zu der Zeit so, Emre Can, Avanti, schon richtig. Bin ich da hin und da war immer David, der Emre, die ganzen Jungs. Von wo kommst du, Bruder, von Baustelle? Und David, du musst immer so trainieren, du aber weiter, oder? Krass, Mann. Ich habe davon drei Stück gemacht, glaube ich, in zwei Saisons. Gegen Götze, er vorne, haben sie mich als Innenverteidiger aufgestellt. Ja. Ja, ich habe nur Luft gesehen, Bruder. Im Nachhinein bereue ich es vielleicht ein bisschen, weil Bayern München ist halt Bayern München so. Ich kam nicht aus dieser Familie, die gesagt haben, ey, ich fahre dich zum Training, ich hole dich wieder ab. Ich bringe dem Trainer mal noch einen kurzen Kuchen, ah, Malaysia ist die siebte Liga, ah, Malaysia. Man verdient sehr gutes Geld. Darf ich fragen? Für die Leute? Plus, Minus? Ich habe Spieler teilweise in meiner Mannschaft, der verdient zum Beispiel eine Million netto. Ja, 100 KM im Monat. Ich war gestern noch ein bisschen unterwegs, ein bisschen da, ein bisschen Bola League. In Malaysia bin ich seit acht Jahren ungefähr jetzt tätig. Ihr könnt es sehen, jetzt bin ich mit ihm angekommen, Liridon Krasnitschi. Auf jeden Fall korrekt, was du dir zeigen hast, Bruder. Danke, dass ich eingeladen wurde, Bruder. Ja, und auf jeden Fall mir hinter als alles erstes auch danke an Isaac, der da ist, der das Video aufnimmt, natürlich Liridon, der sich Zeit genommen hat, und ans Hotel Renaissance, wo wir hier filmen dürfen. Checkt das auf jeden Fall ab, wenn ihr mal ein freshes Hotel braucht hier in Zürich. Und ja, Liridon, ich will zeigen, erst mal, wie geht's dir? Bruder, jetzt alles gut, hier angekommen. Ich war gestern noch ein bisschen unterwegs, ein bisschen da, ein bisschen Bola League, ein bisschen trainieren, aber alles gut, wieder schön in der Schweiz zu sein. Wie geht's dir? Bruder, mir geht's gut, viel unterwegs, ich habe jetzt zwar gerade ein bisschen Pause gemacht, ich wollte mich ein bisschen auch neu orientieren, weil ich mache YouTube schon sehr, sehr lange. Ja, hab ich gesehen. Und ja, jetzt kommen auf jeden Fall wieder freshe Dinge. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, stelle ich mir einmal ganz kurz vor. Ja, Leute, was geht's ab? Ich bin der Liridon Krasnitschi, ich bin grundsätzlich Albaner, geboren in Kosovo, in Deutschland aufgewachsen. In Malaysia bin ich seit acht Jahren ungefähr jetzt tätig, bin dort der absolute King, wie ihr wisst. Und ja, in dem Sinne, in Deutschland kennt man mich leider noch nicht so, weil ich auch nicht unterwegs war in Deutschland, aber jetzt werdet ihr mich auch kennenlernen und ich habe auch viel zu erzählen und heute will ich ein bisschen vor allem mit dir gerne sharen, weil ich habe auch gesehen, dass du einen richtig geilen Kanal hast, du hast eine geile Plattform, und du machst es schon seit langem, ich kenne ihn ja schon so. Ich küsse doch dein Herz. Ich kenne dich. In Chakino, voll vergessen. Schöne Grüße an Chakino, das war das erste Mal. Ja, Chakino hat mich ja mit dir connected ein bisschen so und ich kenne dich ja auch von damals schon. Ich habe immer deine Videos angeschaut. Ich küsse dein Herz. Nicht persönlich, aber ich muss echt sagen, krass, was du dir aufgebaut hast. Ich habe es bei dir auch ein bisschen gesehen, du machst das richtig geil. Kannst du mir auch später ein paar Tipps geben, wie ich das ein bisschen besser mache? Werden wir machen, Bruder. Geil. Aber nochmal auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin mega gespannt, weil du hast ja an so vielen Orten gespielt, wo es nicht üblich ist für einen Fußballer. Und du hast angesprochen mit Deutschland. Deshalb nimm uns mal ein bisschen mit, wo hat Liridon angefangen, Fußball zu spielen? Und wie kam es dann nach Malaysia, Asien, Indien, glaube ich, auch noch? Ist das richtig? Indien auch noch, Thailand. Deshalb nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise von Liridon Krasnici. Ich habe hier in der Jugend gespielt bei Bayern, bei 60, bei Nürnberg. Dann bin ich rüber nach Slavia, Prag. Deutschland und ich haben nicht dieses, ich kann einfach nicht mit Deutschland. Ich weiß nicht. Ich liebe Deutschland so. Ich und ich packe einfach diese Mentalität nicht. Und deswegen habe ich mit 17, 18 gesagt, hey, ich mache meinen Weg. Also, da musst du so ein bisschen erzählen. Also, hast du bei Bayern angefangen oder? Bei 18, 16 München war ich drei Jahre. Mit dem hast du so gespielt da? Peniel Mlappa. Sag dir was, Mlappa? Ja. Moritz Leitner mit dem E-Mann-Oboller-Boller-League. Wer war unter anderem, da waren jetzt nicht so, da war ich noch relativ jung. Bei Bayern waren dann schon ganz andere Kaliber. Sanzone, Dejan Janjatovic damals, Mehmet Ekeci, Roberto Soriano, die sind ja alle nach Italien und da und da. Also, schon ein richtig stabiler Kicker zu der Zeit gewesen. Und, ja, na klar war ich ab und zu bei den Amateuren und so mal mit trainiert, mit Thomas Müller, mit Badstuber, mit den ganzen. Aber ab und zu halt mal, wenn einmal jemand verletzt war oder gefehlt hat, haben sie uns dann also hochgeschoben. Und welche U war das dann? Ich war in U18. Nein, U17 war ich bei München. Bis zu U17. Von U15 bis U17. Und danach hat es nicht mehr gereicht, haben die gemeint. Da habe ich mein Way gemacht. Beziehungsweise, die haben nicht gesagt, das hat nicht gereicht. Ich bin rausgeflogen. Aber auch korrekt, Leute, dass ihr das ehrlich sagt. Weißt du, was ich meine? Ja, normal. Viele würden jetzt sagen, ja, mein Knie oder hier. Nein, nein, da gibt es keine Ausrede. Das ist auch korrekt. Ja, da gibt es keine Ausrede. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir selber verkackt in dem Sinne, weil ich es damals noch nicht so ernst genommen habe. Aber im Nachhinein bereue ich es vielleicht ein bisschen so, weil Bayern München ist halt Bayern München so. Aber ich bin rausgeflogen, ganz klipp und klar. Der Trainer hat gesagt, hey, mach das jetzt gut, diese U18. Und es läuft gut. Wir schicken dich auf die Sportschule, damit wir dich im Griff haben, weil du bist ein Problemfallen. Da habe ich gesagt, kein Problem, schicke mich auf die Sportschule. Vier Tage später fliege ich von der Sportschule. Warum? Was hast du gemacht? Bruder, ach. Einfach scheiße gemacht. Und es war so ein Abkommen mit Bayern München. Okay. Schaffe ich die Sportschule, schaffe ich auch Bayern München. Aha. Fliege ich von der Schule, fliege ich auch von Bayern München. Die Saison hat gerade angefangen. Ich bin nach vier Tagen von der Sportschule rausgeflogen. Da war auch schon in den Sternen geschrieben. So quasi, nach der Saison ist vorbei. Aber ich habe noch weiter gemacht. Aber dann habe ich meinen nächsten Weg einfach eingeschmacht. Und wer war so der krasseste Mitspieler, du hast gesagt, bei Amateurern oder auch mit den Profis? Hast du auch mal mit den Profis mittrainiert? Mit den Profis nicht. Mit den Amateuren ab und zu. Der Gerland hat uns immer hochgehauen. Wenn ich jetzt im Nachhinein denke, mit wem wir mittrainiert haben, so weiter, komm einfach rüber. Also der krasseste Fußballer, muss ich sagen. So am Ball. Wir haben es auch hier in Sugar Bonito, Straßenkicker. Ja, ja, ich muss sagen, so am Ball in jedem Aspekt der beste Fußballer, der Janjaniatovic, Bruder. Okay. Da hat sich, glaube ich, viermal das Kreuzband gerissen. Ah, scheiße. Aber zu der Zeit gab es nur Djanjaniatovic und Gökhan Töre zu unserer Zeit. Die zwei waren die absoluten. So, das ist so mein. Und Nicolas Sanzone war auch richtig stark. Und ja, die zwei, muss ich sagen, in der Jugend waren schon die absoluten. Aber leider hat es bei Djan jetzt dann mit den Knien und so, was mir auch richtig leid tut, weil er brutaler Kicker gewesen ist. Viele kennen ihn vielleicht nicht so mehr, aber die Schweizer wissen schon, wer der ist. Aber es war so ein krasser Kicker-Days. Und wo ging es dann nachher für dich hin? Also, du bist da rausgeflogen, Sportschule. Genau. Wie kam es dann? Danach bin ich nach Nürnberg, zur 1. FC Nürnberg. Dann haben wir eine Woche, also nachdem ich rausgeflogen bin, einen Monat später wieder Vorbereitung, erstes Spiel gegen Bayern München. 2-2, ich komme 80. rein, mache ich Siegtor. Nein. Ja, ja, ja. Und da wurde ich so zum Trainern gegangen. Und? Bereust es. Das war nur so ein Spaß, weil ich kann hier im Trainern sein. Bruder, ich weiß ganz genau immer diese Emotionen. Ich habe jetzt auch wieder angefangen zu kicken, aus Spaß kommt einer zu mir, sagt so, ey, hier ist kein YouTube-Video, dreht 2 Minuten später, ich mache Tor. Weißt du, ich meine, da gehst du zu ihm hin. Aber es ist eigentlich schon, ach, diese Südländer-Mentalität, die kennen sich alle. Stefan Beckenbauer. Kein gutes Vorbild, weil ihr müsst chillen. Zeig das einfach mit Toren. Ja, ja, absolut. Nee, ich mag das. Das ist Challenge, verstehst du? So, die kicken dich raus, du haust den Vorrein, dann gehst du. Aber damals war noch Trainer Stefan Beckenbauer. Ich habe es ihm so gesagt, das ist der Verstorbene, leider. Der war damals noch Trainer und absolut ein geiler Trainer. Deswegen habe ich mit ihm auch einen guten Relationship gehabt und so. Aber ja, so war es. Und bei Nürnberg ging es dann auch nicht lange, da bin ich auch wieder rausgeflogen. Ah, sagst du Disziplin oder? Ja, ja, absolut. Es ging nur nicht. Zu spät ins Training kommen, wie heute. Nein. Hat er mich sitzen lassen, eine halbe Stunde? Bruder, ich bin nicht von hier. Und dann bin ich auf dem Bau gegangen, Mann. Habe ich auf der Baustelle wieder gearbeitet. Ja, ja. Tschüss. Bausteller. Bausteller, ja. Wie lange? Zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre? Oder eineinhalb Jahre. Okay. Hattest du nicht miese Depris? So, du kommst von Super NLZ, Bayern, Nürnberg und dann bist du auf der Baustelle? Depris gabst du dieser Zeit nicht bei mir. Das hat nicht existiert, dieses Depressive, weil, Mann, du bist 16, 17, du bist fresh, du bist da, du bist gesund. Weißt du, was ich meine? Nein, außer du selbst kann dich eh nichts aufhalten und außer Gott. Dann habe ich mir gedacht, ich habe das einfach nicht wahrgenommen. Ich habe das nicht geschätzt. Ich kam nicht aus dieser Familie, die gesagt haben, hey, ich fahre dich zum Training, ich hole dich wieder ab, ich bringe mal noch mit dem Trainer einen kurzen Kuchen, damit du am Sonntag spielst. So war es, was ich meine. Mein Vater hat gesagt, hey, mein Sohn, ich halte dich nicht auf, mach einfach dein Ding, weil der musste fünf Kinder aufziehen, verstehst du? Und ich habe mir einfach so in der Zeit, ich habe das nicht zu wertschätzen gelernt oder ich konnte es nicht, ich wusste nicht, okay, bei München, 68, München, 11, wir sprechen hier von krassen Vereinen, verstehst du, wenn das heute jemandem erzählt. Bist du halt auch auf deinem Talent so ausgeruht, sage ich mal. Ja, unter anderem auch, aber trotzdem, ich war jetzt nicht das krasseste Talent oder so, aber mein Mindset ist einfach geisteskrank, Bruder. Ich war ein Hassler von der Straße, ich wusste einfach, wie es geht und den Umständen nach habe ich mich angepasst und Depressionen, du warst klar, bist ein bisschen down auf der Baustelle, was willst du da, weißt du, was ich meine. Und es hat nicht lange gedauert, sieben, acht Monate auf dem Bau und ich war schon wieder bei Slavia Prag und der Vertrag. Wie hast du das hinbekommen? Wer ist der Verater? Bruder, ich bin mein... Hast du selber angeschrieben, oder was? Ich bin mein eigener... Was redest du? Ja, ich bin mein... Also hast du Videos von dir oder erzähl das mal? Vielleicht ist das auch sehr, ich denke, sehr, sehr motivierend für dich irgendwie. Ja, ich bin, das ist eine krasse Story, weil Slavia Prag war zu der Zeit der absolute Verein, Champions League gespielt und alles drum und dran und ich habe mich beworben per Internet. Die haben abgesagt, E-Mail abgesagt, dann bin ich einfach schwarz, also ich bin ICE eingestiegen bis nach Nürnberg, Toilette versteckt, nochmal von Nürnberg mit dem Bus, vom Deutschen Bahn Bus bis nach Prag, Fußballschuhe eingepackt, alles mitgenommen und ich bin einfach zum Gelände hingegangen und ich konnte kein Englisch, also nur Deutsch, kein Englisch, kein nichts. Ich bin da direkt hingefahren, ich hatte 50 Euro, glaube ich, dabei oder ausreichend für ein Hotel, falls ich bleibe und ich bin einfach zum Gelände hingegangen, ich wusste, wann die trainieren, habe einfach gesagt, ey, kann ich mittrainieren, so in dem Sinne und da war ein Jugo-Spieler, ich wusste schon, dass so ein Jugo-Spieler da war, ich konnte mit dem ein bisschen kommunizieren, ich habe gesagt, ey, mach mal das klar und so das, ich habe einfach mittrainiert, ganz normal. Wie alt warst du da? Da war ich schon 17,5, glaube ich. 17, okay, war das die zweite Mannschaft oder direkt die erste Mannschaft? Das war die A-Jugend, die Bundesliga und ich habe mit dem direkt auseinandergenommen, der Trainer hat gesagt, ey, wie, was, bla, 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 da mussten die am Bayern, glaube ich, so 10.000 aus, an 60, 10.000. Ausbildungsentscheidung, ja. Ausbildungsentscheidung, ja, das war kurz problematisch wegen dieser Ausbildungsentscheidung. Ja, ist meistens so. Ja, ist meistens, aber ich kannte sowas noch gar nicht, was für eine Ausbildungsentscheidung 10.000 Euro, Alter, was. Danach haben die das gezahlt, diese 10.000 und dann war ich unter Vertrag, ich habe sofort Profisvertrag bekommen und aber Kleinproisvertrag, 500, 600 Euro so damals und das mit den Schwarzen habe ich dann so weitergemacht, ich musste ja dieser 500, 600 Euro sparen. So ein Weg hin und zurück, bist du schon bei 200 Euro und dann ging es los, Mann. Die haben mich ja übelst gerappt, 600, was sollst du damit machen? Keine Wohnung, nichts? Doch, Internat. Ein Internat, okay. Ja, dieses Internat, so Kleinzimmerinternat mit 17 Spielern, Spaß, aber zwei Spieler drin und so, Bruder. Und dann hat es so angefangen mit Slavia Prag und ich habe mich dort direkt gemacht, Nummer 10, alle Spiele gespielt, ich habe mich richtig dort sofort eingelebt. Ich habe, glaube ich, in drei, vier Monaten habe ich Englisch gelernt und dann ging es los. Also ab dahin hat es richtig, richtig gefunkt. Da habe ich Fußball, weil das war das erste Mal. Richtig ernst genommen. Absolut. Da habe ich gesagt, ich hatte kein Essen, Bruder. Ich habe in den ersten zwei Wochen, wo mein Lohn gekommen ist, mein Geld war schon weg. Eltern, so, du hast fünf Kinder noch zu Hause. Ich habe fünf Geschwister. Mama und Papa fragen, wie geht es dir? Ich sage, super, da habe ich kein Geld zum Essen. Krass, krass, krass. Aber so dieser Stolz, du willst nicht, dass deine Eltern... Ich will nicht, weil das war so ums Verrecken, weil wenn ich meinen Eltern gesagt hätte, wie es mir gerade geht, ich schwöre bei Gott, mein Vater wäre sofort hochgefahren, hätte gesagt, komm mit. Aber ich habe gesagt, also wie geht es? Ich so, alles tipptopp, hast du Essen, alles gut, bla bla bla. Wallah, ich hatte manchmal kein Geld zum Essen. Ich habe kein Geld zum Trinken gehabt. Teilweise musste ich wieder den alten Liridon rauslassen in Geschäften. Kurz, zap, zap, so, es musste, Bruder. Ich sage dir ganz ehrlich, es war so. Und dem Verein habe ich damals gesagt, ich so, das Geld reicht nicht aus. Die haben gesagt, warte, warte, wir machen das schon und so, aber nach dem ersten Jahr ist nichts passiert. Im zweiten Jahr haben sie dann ein bisschen das Geld erhöht. Aber das erste Jahr war sehr, sehr anstrengend. Und da habe ich jetzt zu wertschätzen gewusst, wie das abläuft, wie du dein Leben so guiden musst, was du machen musst. Du musst das wertschätzen, weil es gibt wirklich viele Leute, vielen Fußballspielern auf der Welt, denen es so geht. Ich musste da durch, Bruder. Und Gott sei Dank hat sich dann alles zum Positiven auch so ein bisschen geswitcht. Bruder, krasse Geschichte. Ich habe eine krasse Geschichte, Bruder. Ich erzähle dir kurz, weil ich hatte manchmal kein Geld zum Essen. Und da gibt es voll viele Asiaten. Und ich bin zu jedem Asiaten in der Stadt. Ich habe schon alle aufgeschrieben und ich hatte immer so eine Tasche, so eine Nike Pro. Kennst du diese Nike, wenn du diese Vapor bekommst? Ja, ja, nochmal. Da habe ich immer ein Handtuch reingemacht und ich wusste, man kann da nicht mit Karte bezahlen. So bin ich reingegangen, habe ich gegessen, erst mal ganz schön magenvoll gemacht. Und danach, wenn die Rechnung kam, habe ich gesagt, bitte mit Karte so. Auf dieser Karte, Bruder, war ein Minus. Der Gova-Trick. Ja, ja, richtiger Gova-Trick. Ich habe diese Karte gegeben, der Mann macht so, der macht, also tut mir leid, mit Karte geht er denn nicht. Ich so, was? Ich so, okay, ich gehe mal kurz raus. Ich so, wo ist denn eine ATM-Maschine? Ich gehe, er so, aber du musst mir was dalassen, verfahren. Ich so, ah, okay, hier meine Tasche, aber pass auf, Bruder, da war ein Handtuch, zwei Euro Handtuch drin. Das habe ich dann da gelassen, ich bin gegangen und ich bin nie wieder zurückgekommen. Scheiße. Und Bruder, so, das weißt du, im Nachhinein, Bruder, das ist scheiße, sowas zu machen, verstehst du? Aber ich musste richtig dribbeln und das war eine Dribbelart von mir, da gibt es noch 50 andere, aber es war jetzt eine Shortcut-Geschichte. Und wirst du nie erwischt? Ah, nie, Bruder. Okay, okay. Nie, nie. Street-Mentality. Intelligent. Ja, ja. Wieder Bonito-Mentality. Und wie lange warst du dann bei Slavia Prague? Drei Jahre. Drei Jahre Profi, okay, krass. Also nicht Profi, ich habe bei den Profis mittrainiert, im zweiten Jahr habe ich bei den Profis mittrainiert, aber Slavia Prague hatte dann finanzielle Probleme. Okay. Und dann musste ich meinen Move machen, ich wurde gekauft von Lada Boleslav, ist ein Erstligist, auch, die haben mich gekauft. Also auch in Tschechien? Auch in Tschechien, ja. Für, glaube ich, 20.000 oder so damals, weil es nicht viel Geld haben sie mich gekauft, nur die als Ablösse-Summe gezahlt, und dann bin ich in Tschechien weiter und da habe ich auch mein Profi-Debüt gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie war ein Profi-Debüt so? Bruder, es war richtig. Richtig krass, Mann. Es war so, ich war voll jung noch, Mann, kein Bart, nichts, so voll so, irgendwo in Boleslav, Boleslav ist so eine Industriestadt, Skoda, die Marke kommt von dort, das war auch unser Sponsor. Und, ja, es war absolut, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil das ist so, dieser Tag ist nicht weggewischt. Ich kenne jede einzelne Datei, wie das abgelaufen ist an dem Tag, wo ich mein Profi-Debüt gemacht habe. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, als der krass, Mann, so, das war, muss ich echt sagen, so mit eins, das krasseste Erlebnis, wo ich dieses Profi-Debüt gemacht habe. Und danach, leider Gottes, ging es auch wieder steil runter, weil die hatten auch wieder finanzielle Probleme und ich bin einfach gegangen. Vertragsbruch, ich habe einfach den Verein verlassen, ohne jemandem was zu sagen. Ich hatte Heimweh dann und so, ich hatte auch kein Geld mehr, weil die haben, die haben alle zwei, drei Monate gezahlt und danach habe ich einfach, ich bin einfach meine Sachen gepackt, ich bin einfach nach Hause gefahren, ohne jemandem was zu sagen. Ich war einfach am nächsten Tag nicht mehr im Training und danach hat mich der Verein, die FIFA, ich hatte einen Dreijahresvertrag und ich war schon ein Jahr dort. Der Verein hat mich einfach dann gebannt. Ich durfte zwei Jahre kein Fußball spielen. Ach du Kacke. Ja, aber obwohl die immer zu spät gezahlt haben. Ja, aber die haben dann gezahlt. Okay. Die haben nur zu spät. Ich war ein Jungbruder, Mann, ich bin einfach gegangen, ich dachte mir so, was soll der Sch***, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Und warst du da immer noch ohne Spielerberater? Hast du da alles selber gemacht? Ich habe einen Typen gehabt, so einen, der mich ein bisschen gemanagt hat, aber es ist nichts Konkretes. Oder das ist krass, das ist doch nicht. Aber dann, dann, dann haben diese ganzen Depressionen angefangen. Okay, okay. Wo ich einfach zwei Jahre lang in mich kicken durfte. Von der FIFA war ich gesperrt. Klar, Bruder, Fußball ist unser Leben, wir können nicht mehr spielen, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Man hat auch diesen Ablauf, Alltag. Das war ganz schlimm, Bruder. Und es war so, jemand zahlt Ablöse oder ich muss zwei Jahre lang gesperrt bleiben. Okay. Und in der Zeit, ich hatte keinen Manager, ich wusste nicht, wie ich das managen soll. und dann bin ich einfach wieder auf der Baustelle geladen, Bruder, Mann. Zurück. Krass. Come back auf der Baustelle. Alter? 21. Ja, Alter 20, 21. 21, okay. Oh, da. Ja. Ei, ei, ei. Und dann, wie lange? Auf Backe, Backe mit den Jungs auf den Bauen. Und wie lange, wie lange warst du dann da wieder? Ein Jahr, oder? Ein Jahr, oder? Vier Monate ungefähr. Vier Monate, okay. Vier Monate. Und kam dann die Zeit mit Türkei, oder? Vier Monate war ich da und dann, nach einem Jahr, ich habe jeden Tag trainiert. Ja. Jeden Tag weiter Gas gegeben. Die Hoffnung war schon komplett am Ende, bei jedem. Du kennst doch, Bruder, wenn du 19 bist, sagen alle so, geh wieder arbeiten, was machst du? Sogar Vater, Mutter, Geschwister kommen und sagen, ja, es ist gut mit Fußball, so weißt du. Aber ich sage so einfach, nein, ist nicht gut. So, und ich mache weiter. Ich habe dann trainiert, Bruder, ich habe mich fit gehalten. Ich habe versucht, überall irgendwie reinzukommen. und, aber du kommst, du spielst einmal Nationalmannschaft. Ich habe da für Albanien gespielt und zu der Zeit Nationalmannschaft, U17, U18, U21 sogar paar Spiele gemacht. Kommst von Nationalmannschaft, Proofdebüt, landest wieder auf der Baustelle, so weißt du. Und danach habe ich einfach wieder weiter Gas gegeben, man. Was war dann die nächste Vereinsstation? Die nächste, das kam dann mit Türkei. Okay. Ja. Welcher Verein war das nochmal? Ankara Spor. Ankara Spor. Ja. Zweite Liga, dritte? Zweite Liga. Zweite Liga. Also Anruf ist gekommen, ey, will zur Probe, Training machen. Ich bin rüber geflogen, habe ein, zwei Mal mittrainiert, ich habe den gefallen. Dann haben sie diese Ablöse, diese seit zwei Jahren, hat dieser Baschkan so zu mir, dieser Präsidenten, also wieso hast du nicht früher gesagt, ich hätte schon längst gezahlt am Anarko im. Aber woher kanntest du den denn noch? Dann habe ich den Manager mit involviert. Oh, okay. Aus München, der hat das dann gedeichselt und geregelt. Bruder, warst ein Dribbelleben. Bruder, absolut. Bruder, Geisteskammer. Bruder, ich erziele nur drei Prozent, Bruder, da war so viel noch involviert. Aber mir fällt jetzt auch nicht alles ein, so weißt du so. Aber im Grunde genommen ist es dann in Stande gekommen, der hat sofort diese Ablöse gezahlt. Ich bin rüber und dann ging es los, Mann. Dann habe ich zweite Liga 34 Spiele gemacht, habe richtig stark gespielt, richtig gut. Ich war ausgeliehen bei Fethyspo von Ankara, weil zu der Zeit Ankara war richtig Maschinenmannschaft. Okay. Ich bin das erste Mal so richtig wieder Profi. Ja. Und ich habe gesagt, kein Problem, lass mich ausleihen. Ich mache das dann so, ich spiele meine Spiele. Und dann wieder diese Türken, halt immer diese Harakats, immer dieses, ja, Geld da, dies, wir haben kein Blablabla. Ich habe, Bruder, wenn ich Fußball spiele, ich will am ersten oder wann auch immer, ich will mein Gehalt sehen. Wenn ich mein Gehalt nicht sehe, wenn ich mein Geld nicht sehe, dann interessiert mich gar nichts. Ich spiele für Geld, dann zahle ich mir für Geld, so weißt du, was ich meine. Na ja, normal. Was spiele ich Fußball? Und bei den Türken ist es jedes Mal das gleiche Theater. Und auch, wo ich woanders war, ich habe gesagt, wenn ich kein Geld bekomme, spiele ich nicht. Ich bin auch ins Büro gegangen, ich habe gesagt, hey Jungs, kein Geld, ich spiele nicht, macht euer Ding, scheiß drauf, ich spiele nicht, ich komme auch nicht mal ins Training. So war ich eiskalt bei den Türken auch. Und danach hat es, Türkei war super, aber dann haben sie wieder angefangen mit dieses sehr lange Story, aber ich habe einfach gesagt dann so, ey, lasst mich gehen, ich will einfach gehen. Und die wollten mich dann auch nicht mehr gehen lassen. Und hattest du noch Vertrag? Ich hatte Vertrag noch zwei Jahre mit denen. Zwei Jahre, okay. Ich war ausgeliehen, ich wollte dort bleiben, aber die haben gesagt, nein, komm zurück, weil du bei uns spielst. Ich bin dann zurückgekommen und dann haben sie einfach am letzten Transfertag, am letzten Tag, haben sie einfach einen Spieler geholt für mich. Sag doch früher, dann gehe ich doch woanders hin. Ich bin 19, 20 Jahre alt, mach doch nicht diese Faxen. Dann bin ich wieder. Ja, Fußball ist ein sehr, sehr ekliges Geschäft. Absolut, Mann. Wunderschöner Sport, aber sehr, sehr eklig. Absolut, Mann. Ja, wunderschöner Sport, ich muss ehrlich sagen, weißt du, Fußball ist das, was uns am Leben hält. Ich liebe es einfach auch, wenn in jeder Hinsicht, von Kleinfußball bis Großfußball, aber solche Sachen muss man halt einfach, Bruder, wenn ich sage, wenn ich ein gutes Management hätte hinter mir von Tag 1, dann wäre ich nicht nur vielleicht in Malaysia ein Star, sondern auch vielleicht in Europa ein Star geworden, verstehst du? Aber in Asien reicht es mir auch in dem Sinne, von daher. Und eben, lass uns da ein bisschen über Asien sprechen. Wie kam es dann dazu? Weil das ist ja nicht üblich, Leute, dass man einfach so in Asien spielt. Also, wie kam das zu Schande? Also, heutzutage gehen jetzt mittlerweile schon viele Leute nach Asien, auch meistens auch wegen dem Geld, weil es zieht ja nicht viel nach Asien so, vor allem unsere Mentalität, Essen, die Luft, etc. Aber ich habe mich sofort von Tag 1 da eingelebt. Ich habe einfach einen Anruf bekommen. Wie hieß der Verein dann? Wo warst du da? Ich war, also, ich musste, das ist auch wieder eine krasse Story, aber ich habe nur schlimme Storys, ich musste nach Vietnam erstmal rübergehen und diesem Manager zu zeigen, dass ich Fußball spielen kann. Okay. Ich habe ihn ein Video geschickt von mir, von Türkei. Er so, ja, du bist gut, aber ich muss dich nochmal anschauen. Ich so, okay, wohin muss ich? Er so, nach Vietnam. Ich so, wo? Vietnam? Er so, wird sie mich verarschen? Was ist hier in Vietnam? Er so, ja, hier lebe ich und hier musst du dich jetzt erstmal beweisen. Dann bin ich das erste Mal so weit geflogen. Ich war noch nie weiter als Türkei oder so. Bin ich nach Vietnam geflogen, Bruder, sechs Wochen und dann mittrainiert. Ich habe mir schon nach zwei Tagen bewiesen, dass ich Fußball spielen kann, aber also, wir müssen jetzt auf Angebote warten. Ich so, okay, kein Problem. Okay. Eine Woche vergangen, zwei, drei, vier, fünf. Ich so, was geht denn jetzt ab, Alter? Bruder, Vietnam in irgendeinem Hotel war ich. Keiner spricht Englisch. Keiner spricht irgendeine Sprache, nichts. Du weißt doch, Alter, wenn du jetzt irgendwo bist und keiner spricht eine Sprache, du fühlst dich so ein bisschen unwohl. Ja, normal. Ich war auch in Indonesien, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist halt schon was, Bruder, komplett andere Kultur, komplett anders. Aber du weißt, wie es ungefähr ist, wenn du auch nicht in Indonesien sprechen, sie wiederum Englisch. Und auf jeden Fall, kurze Story, ich wollte wieder zurück. Es kamen keine Angebote rein. Ich habe dem Manager nichts gesagt. Ich bin dann einfach mein Rückticket gebucht, ohne ihm was zu sagen. Und den Tag zuvor war ich mit diesen Mofan, du weißt doch, dort ist man... Ja, ja, alles. Auch Grab. Ich weiß nicht, ist Grab auch? Ja, ja, ja. Und da war ich in Vietnam mit diesem Mofan unterwegs und ich hatte keinen Tank mehr. Dann habe ich einfach Tankstelle angehalten, habe ich getankt und wollte ich mit Karte zahlen. Die haben keine Karte akzeptiert, nur Cash. So. Und ich habe da glaube ich 15 Euro getankt. Dann die so, ja, du musst zahlen. Ich so, ich habe aber kein Cash. Oder andersrum. Ich hatte, Entschuldigung, ich hatte nur Cash und die wollten Karte. Und ich hatte keins dabei und bla 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 und dann die so, okay, komm morgen. Ich so, okay, ich komme morgen. Aber ich musste meinen Ausweis da lassen, einfach als Pfand. Oder beziehungsweise, ich habe meine Karte da gelassen, ich komme später, aber ich hatte keinen Bock später zu gehen wieder. Ich dachte mir, ich gehe einfach morgen. Am nächsten Tag, ich gehe zum Flughafen. Nein, kein Reisepass. Ich schaue, ich so, wo ist mein Reisepass? Das wäre auch schon so oft passiert. Ich so, scheiße. Dann denke ich so nach, Alter, ich habe doch gestern gebt, bla 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 bla. Und dieses Rückticket, dieser Flug, ich habe den Flieger verpasst. Bruder, es war sieben Uhr morgens, acht Uhr morgens, ich bekomme Anruf von dem Manager, also wir haben ein Angebot. Wurde schocken. Gott sei Dank. Ich werde ein Flieger schon, ich werde nie wieder nach Asien. Krass, 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 krass. Ich war in diesem Flug, ich wäre in diesem Flugzeug gewesen, ich hätte diese Asien so einfach durchgestrichen. Ja, ich habe acht Uhr, wir bekommen Angebot, wir fliegen rüber nach Malaysia, nach Keda. Und Keda ist alles andere, ist Geschichte, da weißt du ja. Okay, krass. An dem gleichen Tag, wo ich eigentlich wegfliegen sollte, am Abend sind wir rüber geflogen, am nächsten Tag habe ich mittrainiert, Freundschaftsspiel gespielt, zwei Tore gemacht. Also musstest du dich auch wieder beweisen? Ja, wieder. Probe, Spielprobe. Ich habe halt nicht diesen Status gehabt, wo man sagt, ey, den nehmen wir. Ich musste immer kurz auflaufen, aber kein Problem, war das sowieso gewohnt. Ich wusste, wenn ich auf dem Platz bin, mit Ball ist eh alles easy. Und ich habe noch nie ein Probetraining vermasselt, außer bei Borussia Dortmund damals. Ah ja. Ja, ja, mit Götze und so war ich nach Bayern. Bevor ich zu Prag bin, bin ich nach Dortmund. Wie war Götze? War der gut? Bruder, absolut, Bruder. Ehrlich, sagst du? Ja, ich musste Götzes Namen, habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Ja, ja. Mario, damals schon. Also war er so einer der krassesten Gegenspieler oder damals jetzt indirekt Mitspieler? Mein bester Mitspieler war Dejan. Okay. Auf jeden Fall. Aber der krasseste Gegenspieler war schon Gökhan Törer und Mario Götze, Bruder. Die waren unglaublich. Gegen Götze, er vorne, haben sie mich als Innenverteidiger aufgestellt. Ja, ich habe nur Luft gesehen, Bruder. Ich war nur auf Boden, Breakdance machen. Aber ehrlich, Bruder. Ja, soll ich das sagen, ja. Aber ist nicht deine Stärke eigentlich mehr offensiv als 10 oder so? Oder kannst du auch... Ich bin mittel, Bruder. Ich bin 8er, 6er. Okay, okay, okay. Und wie gesagt, rüber nach Malaysia und habe ich meinen Vertreter. War ein König geworden in Malaysia. Ja, Bruder. Wie kam es dazu? Ich habe gesehen, glaube ich, du hast ein Cup gewonnen? Also... Nein, nein, ich habe 6 Cups. 6, aha. Bruder, okay. Voll reingeschissen. Gar nicht vorbereitet. Bruder, war... Tut mir leid, Bruder. Egal, du hast mich warten lassen. Wo ist dein... Hast du mich gegoogelt, Bruder? Research. Echt, 6 Mal Pokal gewonnen. 6 Cups, 8 Mal Finale gewesen. Weil Leute, wir hatten geschrieben, wegen Cecchino, und haben wir schöne Grüße. Und ich wollte dann eigentlich zum Finalspiel kommen, aber das ging dann leider zeitlich nicht mehr. Ah ja, genau. Aber vielleicht kriegen wir dieses Jahr hin. Wer weiß. Bruder, du weißt, ich komme wieder ins Finale. Ihr wisst Bescheid. Und was war dann... Also, was sagst du, wie würdest du die Liga da so vergleichen, jetzt im Vergleich mit Deutschland? Bruder, ich sage dir ehrlich, man kann das gar nicht vergleichen so. Ich sage immer so, du siehst das selber in den Kommentaren. Ich sehe nur, ah, Malaysia ist die 7. Liga, ah, Malay, die ist das. Ich will das gar nicht vergleichen. Ich sage nur, es ist eine angesehene Liga. Man verdient sehr gutes Geld. Darf ich fragen? Für die Leute? Plus, minus? Ich habe Spieler teilweise in meiner Mannschaft, die verdienen zum Beispiel 1 Million netto. Ja, 100 KM im Monat. Ja, deswegen sollen sie labern auf Kommentaren. Juckt mich nicht. Ich mache meine Taschen voll. Ich mache meinen Namen dort, Bruder. Und das ist für mich, was zählt. Aber ich sage wiederum, vergleichstechnisch kann man das vergleichen so mit 3. Liga hier. Die Einheimischen, aber die, 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 diese Ausländer, die kommen, die sind richtig qualitativ, man. Die sind richtig gut. Also da kommen richtig krasse Brasilianer, krasse Latinos, man. Du weißt, da kommen schon richtig, aber es dürfen auch nur 3 spielen. Deswegen ist dieser Kontrast halt manchmal groß mit den Locals, mit den Einheimischen und mit den Foreigners. Aber es ist gut, man. Du musst, schau mal, viele waren schon da. Von Bundesliga sind welche gekommen, von da, von da, von da. Die sind gekommen nach 3 Tagen, so ich gehe wieder nach Hause. Weil die packen diese Humility nicht. Die kommen mit der Luft nicht klar, die kommen mit dem Essen nicht klar. Der Fight ist zwischen dir und der Umgebung, musst du dich anpassen. Nicht nur dem Fußball, weil Fußball kann jeder spielen. Wie ist das Leben so da? Bruder, super. Malaysia ist, ich liebe Malaysia. Malaysia hat mich gemacht zu dem, was ich jetzt bin. Malaysia ist, Malaysia steht für Frieden, Bruder. Frieden, Islam ist für mich perfekt. Wenn man mich fragt, was ist das Beste, was du in Malaysia gewonnen hast oder was hast du zu dir gefunden, Bruder? Sage ich einfach der Islam. Ich habe zum Islam gefunden und fertig. Alles andere interessiert mich gar nicht. Nicht das Geld, nicht der Ruhm, nicht gar nichts. Ich habe einfach zum Islam gefunden, Malaysia hat mir das gegeben und für mich das ist das Wichtigste. Verstehst du? Ja, Gott ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste und das ist für das, wo ich mein Leben lang glücklich sein werde, weil dank Malaysia bete ich wieder. Und ich habe gesehen, du bist auch Malaysiaer Nationalmannschaftsspieler. Ja, ja. Wie viele Spiele hast du da so gemacht? Ich glaube, jetzt mittlerweile schon, glaube ich, acht, neun Spiele. Ich habe WM-Qualifikation gespielt in Dubai. Okay. Auf Lokar, Bruder. Irgendwann habt ihr gespielt? Bruder, Vietnam, Thailand und ganz crazy. Wie ist Vietnam? Ich hätte keine Ahnung. Bruder, die haben gute Nationalmannschaft. Richtig stark, Mann. Okay, okay, okay. Richtig starke Nationalmannschaft. Richtig eklig sind die Mannschaft. So richtig eklig, aber auch richtig taktisch, richtig gut. Die Thailänder sind auch auf jeden Fall stabil. Ja. Und die Vereinigten Emirate aus Dubai, top Nationalmannschaft. Leider hat es nicht geklappt. Wir haben zwar gut gespielt, aber wir sind nicht weitergekommen. Ja, crazy, crazy. Ja, Leute, auf jeden Fall, alter, verrückte, verrückte Stories und wie schaut es denn bei dir jetzt aktuell aus? Darfst du da schon was sagen? Was sind so die Pläne auch vereinstechnisch? Wo war jetzt die letzte Station noch? Ich war jetzt zuletzt immer noch in Malaysia. Ich war in Thailand, Australien, Indien eine Saison. Ich wollte jetzt eigentlich im MLS vielleicht noch, ich wollte noch vielleicht noch einen Latino-Kontinent mitnehmen. Okay, ich habe ja schon fast alle Kontinente durch. Ja, ja. Aber das ist so mein Ziel, vielleicht nochmal MLS, vielleicht noch eine Saison. Aber falls nicht, wieder zurück nach Malaysia, noch da ein bisschen spielen. Und momentan bin ich jetzt auf, wir haben Urlaub, also es ist frei, gerade ist die Saisonpause. Ich bin gerade auf der Baller League unterwegs, nehme die ein bisschen Hubs. Ich habe gesehen, habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja. Pass läuft gut, also wir haben das zwei letztes Spiel verloren, aber davor haben wir zwei gewonnen. Du bist, glaube ich, bei Monte, oder? Gönner, Mannschaft Gönner. Bei Monte, schöne Grüße an Monte, Gönner, die Allstars, ihr wisst Bescheid. Und was ist so deine Meinung vom Baller League? Weil es gibt ja viele, es gibt Kings League, die waren ja die ersten, dann Eiken League. Ja. Eiken League weiß ich noch nicht. Der David, ich habe den David letztens gesehen. Alaba, er ist ja auch ein, ah genau, mit Alaba, ich habe auch zusammen gespielt. Was labere ich? Echt? Wallah, ich habe den voll vergessen. Ich rede hier von, Gökhan, tolles Bruder, mit Alaba habe ich auch zusammen gespielt, Mann, ja, was soll ich das? Ich habe mich auch mal persönlich getroffen von Adidas. Da war noch Pep Guardiola bei Bayern, haben wir da ein bisschen mittrainiert. Er war schon sehr, sehr bodenständig. Er ist auch sehr, glaube ich, ein Mensch. Emre habe ich auch, Emre Can. Voll vergessen, siehst du, ich vergesse einfach Namen. Ja, Emre Can war auch zu der Zeit auch ein absolut krasser, ein absolut super, super Mensch. Die zwei wissen ganz genau, weil wir waren immer ab und zu zu der Zeit, wo ich auf dem Bau war, nach dem Profiteil, ich war immer mit denen ab und zu abgehangen und so. Wir haben immer so eine Bar gehabt, so eine Shisha-Bar und so. Bin ich da hin und da war immer David, der Emre, die ganzen Jungs. Von wo kommst du? Bruder, von der Baustelle. Und David immer so, trainierst du aber weiter, oder? Ist ja korrekt, und bis heute, wenn ich ihn sehe, weißt du noch, wo du noch auf dem Bau gearbeitet hast, ist natürlich, wie soll ich das vergessen? So krass, wie du dich gemacht hast und so. Bruder, damals war niemand, die waren, David war schon zu der Zeit, Alaba war schon zu der Zeit so, Emre Can, waren die schon richtig und ich wollte werden, so nicht wie die, aber ich wollte auch so dieses Standing haben und das war zu der Zeit nicht möglich, aber ich habe mir, ich war, einfach trotzdem daran geglaubt und gemacht. Absolut, aber die zwei wissen ganz genau, woher ich komme, Wallah, die zwei wissen ganz genau, was ich auch so durchgemacht habe, auch wenn ich mit denen jetzt nicht so best best friends bin, aber wir verstehen uns und wir haben ab und zu Kontakt, wir schreiben ab und zu natürlich. Aber ja, weil das mir gerade eingefallen hat, muss ich sagen, super Menschen, super brutale Fußballer und bis heute, siehst du es ja bei den zwei, die sind bodenständig und du hast es einsprochen, super brutaler Fußballer, ich will jetzt nicht lutschen oder so, aber Leute, ich blende das euch jetzt ein, was war das für ein krankes Freistoßtor, dieses eine, wo du gemacht hast auf TikTok, wie dieser CR7 Schusstechnik. Na ja, gut, der war barbar, da ist der runtergeditscht, der war richtig krass, ich habe davon drei Stück gemacht, glaube ich, in zwei Saisons, ich glaube, 45.000 Stadion oder so. Stimmt, was war das Größte, glaube ich, im Finale, 100.000? 100.000, ja. Welche Stadt war das? In Kuala Lumpur. Ja, und was sind jetzt so noch abschließend, weil wir müssen jetzt leider weiter, gehen wahrscheinlich noch auf den Platz, wenn die Zeit reicht, kannst du noch ein bisschen deine Skills zeigen, sogar bonito Skills hier. Also weiter geht so, ich bin jetzt gerade so ein bisschen Bola Liga, wenn ich mich aufhalte, weil du vorhin gefragt hast, wie findest du das? Ja, diese Icon, die kenne ich noch nicht so, aber ich weiß, der David hat mir ein bisschen erzählt, das ist ja mit Toni Groß und so. Genau, in der Gela. Bestimmt cool, bestimmt auch, bestimmt richtig geil, aber ich muss sagen, Bola Liga haben sie richtig geil gemacht und ich finde so eine Plattform richtig gut, weil es gibt mehr Straße als so und die sollten das weiterführen und ich hoffe, dass noch viel mehr so Plattformen kommen, weil ich finde das richtig geil, ich muss sagen, ich freue mich auch drauf, weil übermorgen geht es wieder los. Wir brauchen dich da, wir brauchen den warmen Zocker. Bruder. Ey, Bola Liga, wieso habt ihr Kubanit nicht eingeladen? Ich weiß, es kam leider keine Einladung. Ich weiß, aber ich auch nicht. Und ich kenne ihn, aber er hat diese Feuer in sich. Wenn man ihn nicht mehr... Gerne, gerne, I'm waiting. Business class. Waiting, waiting. Aber die hat mich echt da gebraucht, weil du machst geilen Content, du bist auch ein geiler Fußballer. Ich küsse doch deine Herzen. Die hat mich echt da... Ich küsse doch deine Herzen. Bola, ich kläre das mal am Montag, was du so... Also, schau mir, Bruder. Schau mir, schau mir. Ne, Leute, ansonsten Icon League, schnappt sie euch. Das wäre crazy, wäre crazy. Ja, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, wir können auch stundenlang weiterreden. Krasse Stories, Bruder, von Baustelle wieder zum Star in Malaysia, Bruder. Ja, Leute, wir müssen jetzt leider weiter. Wir gehen noch auf den Platz. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch fürs Zusehen. Danke, Isaac, hinter der Kamera. Und vielen Dank ans Hotel Renaissance hier in Zürich, dass wir drehen durften. Und ja, ich würde zeigen. Ich danke dir auch. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Check Liri ab. Neuer Vlog ist online. Abonniert das mal, weil ich mache jetzt richtig geile Vlogs. Ich werde auch mit dem Kubanito einen geilen Vlog machen demnächst. Ich muss ehrlich sagen, danke nochmal herzlich für die Einladung. War richtig geil. Okay, wir sehen uns. Peace.